Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Landesverbandstag von Haus und Grund Rheinland-Westfalen hier im Medio Rheinerft in Bergheim. Bitte begrüßen Sie die Rheinisch-Bergische Bläserphänomenie aus Beensberg mit 45 Musikerinnen und Musikern unter der Leitung von Andreas Hillner. Heute nehmen wir Sie mit auf eine musikalische Reise durch ganz Europa. Erleben Sie nun die vielen Facetten unseres großartigen Kontinents. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020